Und eine Sache machen wir zusammen. So, meine Süßen, es gibt zwei Fragen, die die Leute mich immer stellen. Und eine Frage ist, warum bist du immer so bekloppt? Also da kann ich nichts dafür, das muss ich meine Mutter fragen. Ich habe die Gegend von ihr bekommen. Und die andere Sache ist, viele Leute fragen, warum hast du wieder ein Cover-Album rausgebracht? Ich habe ein Cover-Album gemacht, weil ich will unbedingt, dass die Leute von, die neue Generation von Schlagerfragen, dass sie wissen, wie toll die Hits von damals waren und immer noch sind. Also, es ist schön, euch alle hier zu sehen. Dankeschön. Ich bin übrigens hier bei der Probe im Moment für die Florian-Silber-Alben-Show am Samstag. Und ich muss sagen, es ist grandios. Ja, es ist ein Kaiser. Es ist ein Kaiser, ne? Was ist hier? Was haben wir hier aus? Okay, auch willkommen. So, ich setze mich hin, wenn ich da. Ihr könnt in die Rede-Marke einlaufen, wie nur noch ein bisschen Kuhn und ein Kusschen um die Backe geben. So.